ich wache plötzlich auf weil es großen lärm gibt ich bin sehr müde und einen moment lang verstehe ich noch nicht wo ich bin ich denke daß ich immer noch in warnemünde bin aber dann sehe ich die linden und das café und da erinnere ich mich ich bin ja gestern wieder mit jochen nach berlin gefahren er hat sich alles genau angesehen noch ein wenig mit frau weisgerber gesprochen und dann ist er wieder nach hause gefahren jakob der natürlich sehr neugierig war wollte alles wissen aber ich war viel zu müde um ihm etwas zu erzählen ich bin sofort eingeschlafen und habe auch tief geschlafen bis jetzt der lärm der mich geweckt hat kommt von einer großen gruppe spatzen so viele spatzen habe ich noch nie im café gesehen glaube ich sie sehen auch nicht aus wie berliner spatzen sie müssen von irgendwo anders her kommen und dann sehe ich jakob der offenbar in schwierigkeiten steckt neben ihm sitzt eine spätzen ein bisschen verlegen und ihm gegenüber hüpft ein junger gut trainierter spatz hin und her der spatz mit dem er spricht oder besser mit dem er streitet ist ist sehr aufgeregt ich denke dass jakob ein bisschen hilfe brauchen kann und fliege deshalb zu ihm nachdem ich den streit zwischen jakob und dem anderen spatz eine minute angehört habe verstehe ich sofort das problem das jakob hat die spätzen die jetzt kein wort sagt ist die freundin von dem sportlichen spatz mit dem jakob streitet und jakob hat offenbar mit ihr geflirtet gar nichts ernstes sagt er und ich glaube ihm das auch aber der andere spatz ist trotzdem nicht begeistert jetzt dreht er sich von jakob weg und schimpft mit seiner freundin in einer sprache die ich nicht verstehe ich nutze die gelegenheit und nehme jakob zur seite was hast du denn wieder für einen unsinn gemacht immer das gleiche mit dir ich empfehle dir dass du dich bei den beiden entschuldigst und zwar schnell ach es war doch gar nichts ich habe mich nur mit alessandra ein bisschen nett unterhalten und dieser italiener macht gleich so ein drama aus der sache also erstens finde ich dass du nicht besonders nett zu alessandras freund warst warum sprichst du nur mit ihr und nicht auch mit ihm natürlich muss er denken dass du nur mit ihr flirten willst und zweitens du sollst nicht so respektlos über spatzen aus einem anderen land sprechen du weißt gar nicht wie das ist wenn du in einem land lebst in dem du das gefühl hast nicht dazu zu gehören ich weiß was ich da sage für mich ist es auch nicht leicht gewesen mit spatzen zu leben weil ich bei menschen groß geworden bin was glaubst du wie man sich fühlt wenn alle lachen nur weil man etwas nicht so gut versteht wie alle anderen und wie wie oft die berliner spatzen hier glauben ich bin arrogant nur weil ich viel über menschen weiß sie lassen mich manchmal fühlen dass ich keiner von ihnen bin aber ich bin ein berliner wie müssen sich erst die italiener hier fühlen jakob antwortet nicht er ist nicht begeistert wahrscheinlich schämt er sich ein bisschen wegen den dingen die ich gesagt habe er fliegt weg von mir aber dann putzt er sich die flügel das macht er immer wenn er überlegt das ist ein gutes zeichen tatsächlich zwei minuten später sehe ich dass er alessandra und ihren freund zu ein paar kirschen eingeladen hat die er vorher gefunden hat er muss es ernst meinen denn von seinen heiß geliebten kirschen gibt jakob sonst fast nie etwas her ich bin beruhigt endlich kann ich mir überlegen was ich heute eigentlich zum frühstück essen will ich sehe auf die tische auf denen das frühstück für die gäste steht und überlege wo ich etwas finden kann das mir schmeckt aber da vergesse ich das frühstück schon wieder an dem kleinen tisch rechts neben dem eingang den man vom café aus nicht sehen kann sitzt jochen was er hier wohl will er kommt doch nie ins café und dann erst recht nicht an einem tag an dem angelika frei hat den tisch an dem jochen sitzt kann man tatsächlich nur von der straße aus sehen jochen hat ihn ganz bewusst gewählt denn er will nicht dass waldraut ihn sehen kann von klaus weiß er dass waldraut nicht auf der terrasse arbeitet sondern nur im haus aber am besten ist es wenn sie ihn überhaupt nicht sieht denn sie soll nicht wissen warum jochen ins café gekommen ist guten tag was darf's denn sein eine junge kellnerin steht an jochens tisch einen café und ein glas cognac bitte sagt er und wundert sich selbst warum er schon am vormittag cognac bestellt naja jetzt ist es zu spät ich habe einen termin mit klaus behrend können sie ihm bitte sagen dass ich da bin jochen knauer ist mein name gerne ich werde es herrn behrend ausrichten sagt die junge kellnerin und geht zurück ins haus nach kurzer zeit kommt ein mann um die sechzig an jochens tisch er geht leicht und schnell wie ein mensch geht der sein ganzes leben lang sport gemacht und sich viel bewegt hat auf dem kopf trägt er eine baseball mütze auf der berlin marathon 1992 steht hallo jochen schön dich wieder zu sehen ich hoffe du bist mit dem service in meinem café zufrieden dankeschön der café und der cognac sind wunderbar und die junge frau die hier bedient ist sehr nett vielen dank dass du dir zeit für mich nimmst gerne jochen ich bin froh wenn ich dir helfen kann dann erklär mir doch bitte einmal das problem mit dem du nicht zurecht kommst schreif schreif